Wir kommen zum letzten Lauf im Lauf der Punktfestfahrer. Für die Berg im roten Helm startet die Nummer 1 Matthias Warns. Im blauen Helm für Volching die Nummer 6 Valentin Grobauer. Im weißen Helm für Hausstädte die Nummer 10 Marcel Dax. Und im gelben Helm für neuntling die Nummer 13 Christian Käferbord. Und wer sagt immer, in wo du dich hinstellen darfst, ist das immer unterschiedlich. Ja, es wird ausgelöst. Also die Nase wird ausgelöst. Ja, es wird ausgelöst. Ja, es wird ausgelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was warst du dann? Was warst du dann? Unsere Gebraten von außen. Von außen ist die Nähe für die Luftfahrt. Rennen Nummer 19, der letzte Lauf des heutigen Tages. Und die Entscheidung ist gefallen. Ist längst gefallen, natürlich, zu Gunsten des NSC Olsching. Auf den letzten Lauf gewinnt ein Olschinger, die Stadt Nummer 6, Valentin, Romauer. Drei weitere Punkte für den NSC-O. Und der NSC-O gewinnt das Rennen mit 53 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter, jemand fragt die Special-Info. Auf zwei Punkte für den NSC-90. Der NSC-90 schließt das Rennen ab mit 29 Punkten auf Platz 2. Dritte Ecke.